circa einen monat nach dem verheerenden hochwasser an der ahr waren wir in sinzig und umgebung unterwegs und möchten euch mit diesen bildern einmal schildern wie es dort wirklich aktuell aussieht weil wir das gefühl haben dass im fernsehen nicht die ganze wahrheit gezeigt wird beziehungsweise andere meldungen sind anscheinend wichtiger als zu zeigen wie es hier im ahrtal aussieht und fallen wie viel unterstützung hier noch benötigt wird wenn ihr helfen möchtet dann meldet euch am besten auf der website vom helfer shuttle das blende ich euch einmal hier unter dem video ein auch wir zum beispiel den winzern helfen könnt also einfach ein paar hinweise für euch wenn ihr unterstützen wollt wo er gezielt euch melden könnt ansonsten lasse ich euch nun mit den eindrücken von diesem video alleine und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.